Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ecclesion. Heute beschäftigen wir uns mit dem Fackellauf, der so ziemlich den ganzen Monat über verfügbar sein sollte in Götterfails. Und das Schöne ist, es ist ziemlich einfach und auch einigermaßen spaßig. Man hat auch mehrere Möglichkeiten diesen Lauf zu absolvieren und man braucht eigentlich diesen Speed Buff, den ich genommen habe gar nicht, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Beim ersten Fackellauf hier gibt es einen kleinen Trick und zwar kann man da rüber springen. Man muss nur wirklich aufpassen, dass man den Sprung schafft, weil sonst wird es ein bisschen haarig. Aber man könnte es auch rein theoretisch vielleicht auch mit einem Fail irgendwie hinkriegen, dass man es schafft. Im Endeffekt läuft es so ab, ihr habt eine Fackel und müsst Feuer machen. Ihr müsst hin und her laufen oder besser gesagt in eine bestimmte Richtung laufen, die ihr euch vorher aussucht, eine Route, die ihr selber wählt und all diese Fackelpunkte anmachen. Wenn ihr das gemacht habt, kriegt ihr halt ein kleines Lob hier von dem Typen, der euch die Fackel in die Hand drückt und das ist es so ziemlich. Man kann das Ganze auch wiederholen, wenn man will, wie man hier sehen kann. Wir können es nochmal machen. Wir können es so häufig machen, wie wir wollen. Und teilweise wird es auch gebraucht dann für die tägliche Quest, was auch sehr schön ist. Das heißt ein Teil der lebenden Geschichte ist auch ein Teil der täglichen PvE. Nicht Quest, habe ich Quest gesagt. Ich meine Erfolg. Für den täglichen Erfolg. Hier sind wir beim zweiten. Ihr seht auch immer wieder schön, wie ich die Map öffne am Anfang von dem nächsten Fackelauf, so dass ihr seht, wo das genau in der Stadt ist. Wir haben ganz im Norden angefangen, oder besser gesagt Nordosten und arbeiten uns nach unten hin, beziehungsweise dann später ins Zentrum. Aber dazu kommen wir noch. Hier ist es eigentlich recht schön. Es ist ein Kreis, dem wir eigentlich ablaufen, oder besser gesagt eine Ellipse, wo man hier einfach hin kann. Man kann hier rüber springen und das Schöne ist, man überlebt den Sprung. Wenn ihr die F-Taste spammt, dann steht ihr auch viel früher auf nach dem Sprung, was ich gemerkt habe, was recht cool ist. Und ihr solltet sowieso, sobald ihr in der Nähe von so einem Feuer einer Seite auf jeden Fall die F-Taste spammt. Und versucht auch wirklich zu dem Ding hin zu laufen. Denn es kann passieren, dass ihr mal vorbeiläuft und dieser Interaktionsbutton nicht funktioniert oder keine Ahnung, einfach nicht auftaucht. Und der muss auftauchen, damit ihr halt mit dem Ganzen interagieren könnt. Hier kommen wir zu Nummer 3. Was eigentlich auch recht einfach ist. Nur ihr müsst unter der Brücke sein. Also von dem Teleportpunkt einfach unter der Brücke gehen. Ihr habt eh ungefähr den Weg gesehen, den ich genommen habe. Wir zünden direkt das Ding bei dem Fackeltypen an. Und sollten auch hier und da mal auch zum Beispiel nach links hier reingehen. Also ihr müsst wirklich aufpassen, wo die Dinger sind. Eigentlich ist es wirklich eine Kreisrunde, eine Kreisrunde Bahn, die man ablaufen muss. Und ich habe mich für gegen den Uhrzeiger drin entschieden. Ihr könnt es auch komplett andersrum machen. Das bleibt euch überlassen. Ich finde es halt nur angenehmer so. Hier gegen Ende wird es ein bisschen tricky, denn ihr müsst das Ding hier anzünden und dann direkt noch nach links hier rein. Ich habe es zwar am leichtesten gefunden, aber ihr könnt es natürlich auch anders machen. Zum Beispiel hättet ihr vom Fackelträger direkt zur Mitte laufen können und dann eine Richtung wählen. Kommen wir zum letzten. Der ist einigermaßen im Zentrum. Da könnt ihr einfach den Teleportpunkt beim Plast nehmen und dann hinlaufen. Ich dachte zuerst, ich müsste vielleicht irgendwo unter eine Brücke wieder oder sowas, aber bestimmt nicht. Das ist direkt hier beim Ganzen, weil sonst wird es knapp mit der Zeit habe ich bemerkt. Und sonst auch wieder hier. Diesmal aber im Uhrzeigersinn, nicht gegen den Uhrzeigersinn. Und da gibt es auch einen schönen Trick, wie man ein bisschen Zeit sparen kann. Und zwar zündet man das Ding an, springt dann einmal auf diesen Rand, springt dann auf das Grünzeug und springt so dann weiter bis man hier hin ankommt. Genau. Ihr könnt das natürlich auch anders machen. Wenn ihr zum Beispiel den Sprung versaut, könnt ihr auch so hoch springen. Nur ihr verliert ein bisschen Zeit. Hier bin ich nicht direkt an dem Ding vorbeigelaufen und konnte es nicht anzünden. Aber wenn ihr es perfekt macht, dann könnt ihr so um die 10 Sekunden Excel-Zeit haben, was eigentlich recht gut ist. So, das Ding hier. Und dann dürft ihr nicht vergessen, ihr müsst hier hoch. Deswegen habe ich auch gesagt, das geht sich sonst zeitlich nicht wirklich aus. Was ein bisschen knapper ist. Weil in ungefähr 50 Sekunden hätten wir jetzt nach dem letzten Ding, um zu dem ersten zu kommen, dass wir es erst aktiviert haben. Geht sich nicht wirklich aus. Wenn man aber alle vier Fackelläufe gemacht hat, dann kriegt man dieses schöne Ding. Und zwar ist es ein permanentes Item, das man so häufig einsetzen kann, wie man will. Und man trägt eigentlich eine Fackel. Sehr praktisch, wenn ihr an Orten seid, wo es einfach irrsinnig dunkel ist oder Jumping Puzzles macht im Dunkeln. Da habt ihr immer eine Lichtquelle bei und müsst keine suchen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ihr habt was Neues dazugelernt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal in Gehtloss 2. und auch beim nächsten Mal. Ja, ihr habt Herr Wadler.